Herzlich Willkommen meine Freunde zur ersten Special-Folge von Jokalile und ich muss vielleicht ein klein wenig erklären in dem Moment wo ich dieses Special-Folge aufnehme haben wir Kapital-Bee noch nicht besiegt ich mache das hier zwischen zwischen den Kämpfen praktisch einfach weil hat kein Bock schon noch war noch 10.000 Mal gegen ihn zu kämpfen wenn diese Folge herauskommt habe ich ihn natürlich schon besiegt aber das passiert wie gesagt vorher ihr habt ja in der Folge gehört dass ich wie gesagt es nur nicht geschehen aber ich werde dann erzählen dass ich schon 1000 Mal gegen ihn gekämpft habe und die ersten zwei drei Kämpfe lasse ich drin und dann nehme ich nur den finalen Kampf ich habe in der letzten Aufnahme als ich ihn eigentlich besiegen wollte anderthalb Stunden gegen ihn gekämpft und ja ihn noch nicht besiegt wir haben ja genau die Stufen vor und deswegen sind wir jetzt bei der ersten Special-Folge erstmal und in der ersten Special-Folge geht es um den ersten Level wir haben hier noch einiges zu tun wir haben noch einiges rauszuholen und das werden wir auch jetzt vielleicht tun ja ich war ganz fix auf und deshalb verschwender und wenn sie neue Sortiere und wieder schnell im Spiel dann hat natürlich keiner gesehen keine gehört und niemand weiß davon dann passt das ja und niemand weiß warum Nimbus Frauen für uns so belästig gelingen mit einem Pension bestehende Wohlen und so weiter ja ja das war auch wir haben schon alle Stammblock tropen ja warum schon länger nicht mehr und wir können hier eine ganze Menge machen ach ja das kann vor allem nicht hier hochlaufen ähm ich würde sagen wir machen jetzt als erstes das woran ich mich direkt erinnere und ja danach gucken wir uns noch ein klein wenig um und wenn wir dann auch nichts mehr finden dann lassen wir das auch so weit ach so apropos mich daran erinnere ich weiß glaube immer noch nicht wie ich da reinkomme also wie ich den hier kriege oder ähm oder weiß ich denn inzwischen nein oder Hamburgs Schatzkommel nee hier müssen wir also irgendwas aktivieren sicherheit verdammt das war das erste was ich gedacht hab aber mir fällt direkt noch was anderes ein was wir uns jetzt auch ach guck mal ja ja das sagt ah ok ja ich hab schon die Idee das könnte zusammenhängen und zwar haben wir haben wir ja hier hinten eine kleine Pfütze und da unten ist ein Knopf den Knopf konnten wir bisher nicht drücken wir haben es schon mal probiert aber uns fehlt eine Fähigkeit diese Fähigkeit haben wir jetzt da unten gesehens und zwar kommen wir jetzt mit der Furzblase mit der Furzblase mit der Furzblase unter Wasser laufen mit der Furzblase unter Wasser laufen mit der Furzblase mit der Furzblase und erinnern mit der Furzblase die man gespannt ist das hier und wenn es gibt die 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 abstehen ja ich nehme an wir können das die frage ist nur wie wie machen wir das denn aus ich sehe hier noch keinen Knopf oder so ach da war der Knopf die Federn auch sind jetzt alle aus oder unsere Furzblase ist gerade geplatzt das ist ja schon war alles aber war es leider nicht die Lösung für die Schatzkammer da hat er stattdrehen gleich mit einer zusammen wir den Knopf drücken die dahinten der Pt da ist der Pt dahinten erreichbar so was war denn hier noch genau da gab es noch die kleinen Räume da hinten und wir haben natürlich nicht wo jetzt einer war irgendwo geht hier rein in den Berg und da waren Prozent Kameras wieder wo wir uns unsichtbar machen müssen im Modell aber genau durchsteigen den so wird so müssen wir die aufladen Prozent Ackermann er das heißt ich muss ein Glas das müssen wir müssen dahin hallo ach wir können auch unsichtbar ok nein so zack 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 hier müssen wir auf jeden Fall als Kanone ran das werden wir bestimmt hier drüben gleich finden boah die Kamera ist grad ein bisschen eklig hallo oh da halten sie die Kanone ok und hier können wir direkt durchschießen hier kommen wir nicht lang da ach so ach so ach so ok ach so ach so ach so ach so man wenn wir gar nicht warten weil so schnell ist er die Kamera nicht den brauchen wir nein wollen wir nicht ach so da guckst du blöde so und da unten gibt's was aha noch einen davon und die zwei ach so ach so ach so muss ich eventuell mit nur gleich mal überprüfen kann sein dass ich hier noch mal die Kanone brauche ja ich brauche noch mal die Kanone nein nein ich bin gar nicht hier ich bin gar nicht hier geh weg ähm jetzt ich brauche ein Schmetterling ok ich brauche kein Schmetterling hm äh Prost mal um 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 nur schießen oder muss ich mich bei einem stück war er erreicht ein das hält ja relativ lang ein paar und und ich glaube ich bin falsch gelaufen können und die Fähigkeiten 9 okay aber ein neues hier ist der schlanker muss auch verdammt naja mann ah komm schon weg Nun ja, eigentlich kann ich doch hier... Ich bin doch doof. Nun ja, Gott, die Fähigkeit verloren, aber... Obwohl er die nicht damit vielleicht auch... Ich hab' was gesehen. Ich hab' was gesehen. So, nicht. Einfach mal. Ab! Ja, Gott. Oh Gott. Warum einfach mal so kompliziert geht, ne? So, so... Standard hier. Noch? 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 Oh Gott. Hä? Ich könnte mir das Fleisch doch von hier oben machen. Oh Gott. Wie ich noch hoch hatte. Und das ist ja wieder genau. Ah! Ich würde gleich das mal kaputt machen. Ah! Kommt da mal kaputt. jetzt sollte man das so hinkriegen okay ich dachte hier wäre vielleicht noch was wenn man das jetzt auf jeden fall noch was fehlt uns denn hier in dem level noch ja nichts nur Pätschüs um weiße Attacke wir brauchen ja nicht mehr hochklettern wir können jetzt einfach fliegen nur noch fliegen so fliege Schöner ja war auch wenn die Jungen so weil keine Musik wird für was sie wollte es wissen nicht wie wir an den Schatz da oben drauf aber noch nicht in dem Turm in der Mitte da hinten den Hammer besiegt heißt ich würde mich mal um extra warm ja ich würde mal zur Mitte gehen du hast die Kunde ja so laut und doch hat erweilt und brauche zu lernen wo er hat schon man wird der fliegt nimmt wieder bei pg ist wir haben generell um ein Buch sein nur ganz wichtig sein ach der ist auch hier schon die gibt es auch hier schon die Platten Plankton Plankton ah gut ihr seid sicher die Müllmänner naja eigentlich ach schaut euch an wie Plankton Plankton aussieht wie bei einem Müll herum und zwar von der schlimmsten Sorte ja aber habt ihr eine Ahnung wie schwer es ist auf dem heutigen Immobilienmarkt eine alte Dachwohnung loszuwerden verdammt schwer vor allem mit all diesem Müll warum fliegt er nicht hoch und räumt den Müll auf euer komischer lila staubsauer was staubsauer staubsauer hat doch sicher eine lange Verlängerung seufzt komm nene lass uns aufmachen was soll ich jetzt tun hm 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 diese Steuerung nervt schon wenig nicht wieso fällst du jetzt runter? ich habe dich gar nicht bewegt Mann Oh, genau, hoch! Versteh's nicht so richtig! Oh Mann, flieg doch mal hoch! Was? Ich mag euch nicht besonders, wisst ihr? Wie geht denn das? Versteh's nicht! Hm... Na gut, dann lass uns das jetzt erstmal, vielleicht guck ich später nochmal nach... Aber, ich glaube nicht... So, fällt mir jetzt sonst noch was ein, hier in der Welle... Was ist denn das dort? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist denn da ein Rätsel? Na, verdammt! Da war ja kein Bodenschick! Was ist das? Ja, ich bin da unterwegs! Ab geht's! Das wäre mir aufgefallen, war das schon? Ich meine, ich denke schon, oder? Oh! Ja, sind gleich da! Hast gleich geschafft! Wir landen, ohne runter zu fallen! Uhu! Wir landen, ohne runter zu fallen! Was ist denn da? Was ist denn da? Na komm, schießt schon! Ja, egal! Ab zwar, die sind weg! So, was sind wir noch? Oh, das ist alles? Uh! Okay, das war einfach! Na gut! Da fällt mir jetzt so nix mehr ein! Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zum... Huch! So! 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 So!